Hallo Malone, also warum hast du diesen Beruf gewählt? Warum bist du das geworden? Ja, weil es mir Spaß macht. Okay, und was ist denn eigentlich generell so dein Lieblingsberuf in der Kinderstadt? Das, was ich gerade mache, halt, ja, Werkstatt. Okay, danke. Hallo Luna, warum bist du denn Schneiderin geworden? Also warum hast du diesen Beruf gewählt? Weil mir Schneiderin sehr viel Spaß macht. Okay, und was ist denn generell dein Lieblingsberuf in der Kinderstadt? Kochen. Okay, danke. Hallo Fabian, okay, warum bist du denn, also warum arbeitest du hier bei der Umwelt? Ich verlasse sie auch schon hier. Okay, und was ist denn generell dein Lieblingsjob in der Kinderstadt? Naja, ähm, Polizei. Okay, cool. Hallo Ricarda, also du arbeitest beim Kochen. Macht dir das sehr viel Spaß? Äh, ja, schon. War das auch dein Traumberuf? Äh, ja, eigentlich schon. Ja, so. Und was kochst du denn gerade? Jetzt backen wir Muffins. Ah, Lilly kann. Okay. Okay, hallo Lilly. Ja, es macht sehr Spaß. Sophie, schau, wir kommen ins Fernsehen. Hallo. Okay, macht euch das Kochen sehr viel Spaß. Ja. Obwohl wir es nicht so gut können. Und es war auch wirklich euer Wunschberuf. Ja, schon. Glück gehabt. Okay, und was kocht ihr gerade? Alle drei Muffins? Ja. Okay, ähm, was bist du denn als Beruf? Ähm, bei der Arbeitsberatung. Okay, und was macht man da so? Ähm, da verteilt man Flyer und fragt die Leute Fragen, ähm, was der Lieblingsberuf ist. Ach so, cool. Das haben wir nämlich auch gerade gemacht. Und was ist euer Lieblingsberuf? Ähm, bei der Milchfahrarbeiten. Cool. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Okay, danke. Also, was arbeitest du? Ähm, ich bin hier im Rathaus. Ja, und ich nehme die ganzen Steuern ein, oder? Ja. Okay, und warum hast du diesen Beruf gewählt? Weil mein Freund da auch schon vorher gearbeitet hat. Und da habe ich jetzt einfach auch mitgemacht. Okay, ähm, und was ist denn dein Traumberuf? Das, was ich gerade mache. Und deiner? Ja, für den Kameramann. Ja. Ähm, und was macht ihr eigentlich so in der Kinderstadt? Ähm, wir sind jetzt vom, wo, ähm, wir geben da, wenn wer was braucht, Geld oder so. Also, also, wenn es irgendwo in einem Beruf wenig Geld gibt, dann machen diejenigen, die so arbeiten, eine Anfrage und das Geld, was sie brauchen. Und wir geben es ihnen dann. Und er kann weiter reden. Ja. Da ist auch noch Müll. Ja, ähm, ist sehr toll. Alles. Danke. Bitte. Danke. Danke. Vielen Dank.